Einfach Präventivmaßnahme, wa? Ähm Ja, Hilfe Da, jetzt hab ich mal auf mich abgesehen, wa? Oh Äh, äh Okay Könnte ich nochmal Actionmusik haben, vielleicht? Okay, komm Irgendwann müssen wir ja mal raus, wa? Nein, 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 nein Okay, warte Ich mag das nicht, so offene Flächen Ich glaube, die führen gerade eine Selbstzerstörungsmaßnahme durch Verdammt Alter Der Heli-Feuer dauerhaft auf mich, glaube ich Alter Schwede, doch Okay Der ist tot Guck mal, der trifft hier eh nicht, ne? Ja, der ist auch tot Wunderbar So, speichern Und dann Raus hier So, ich hör schon wieder direkt die Nächsten Hier geht die Feuer Hier geht die Party So, Mensch Einmal kurz Aua Alter Ja, Mensch Warte mal, ich glaube Das wird nicht mehr besser, oder? Hier, schnell runter Vielleicht hätte ich einfach direkt hierher gesäult Ja Dang it Das wäre wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen Aber gut Ich glaube, ich hätte direkt am Anfang durchrennen müssen Ich glaube, da kommen nämlich schon mal unendlich viele Na, hängt er schon ab hier Ist ja toll Und meine Waffe ist jetzt fast aufgebraucht Ganz toll Und jetzt Ach da So Können wir hier irgendwie die noch looten? Haben die das? Hallo Alter Oh, das ist doch jetzt nicht warm Das ist doch jetzt nicht warm Bin ich auch verbrannt, ey Äh Bö Ja, das war glaube ich nicht ganz geplant Aber gut Die haben sich Den Barbecue-Haufen da unten noch Angeschlossen Alter Mann So Eins Und zwei Guck mal, da konnte er gar nicht auf mich drauf schießen Jetzt aber Ne Aua, Aua, Aua Nein, nein Das ist falsch hier Wo Hä? Da hinten muss ich irgendwie rein Hä? Aua Egal Hauptsache Hauptsache endlich hier rein Jawohl Weg hier Von diesen Dreckssoldaten, ey Brrrr Oh Gott Und so wenig Munition Nur noch für die Für die Für die Zumindest Gefällt mir auch nicht so gut jetzt Aber Was soll ich machen? Oh komm Wir können ja den Anzug gerade sehen Mir ist noch gar nicht aufgefallen Okay Wir sind wieder In Die einen Richtung Ah Na Ah Euch sehe ich doch viel lieber als Als die Soldaten Muss ich auch mal ehrlich sagen Ihr seid mir recht Ich Ich Euch mag ich Euch mag ich sehr gerne So, warte Hallo Meine Headcrabs Was mit denen ich aufsammel kann, ey Nicht mehr Irgendwie nur die Nur manche Hä Oh Waren wir da? Weiß ich nicht So Na Der lebt wohl auch nicht mehr so ganz Na Hallo Hallo Oh ja War so jetzt So Ha Hm 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 Ha Hm Ah Ah Okay Ja Ah Diese Dreckssoldaten Ey Meine Güte Hallo Ja Das bedeutet Wir haben direkt wieder Kontakt mit denen Oder was What the fuck What the fuck Was denn richtig Widerlinge, ne Hm Warte, wo sind die Ich würde ganz gerne von hier vielleicht erledigen Ja 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 Echt blöd, dass die Wissenschaftler nicht zurückkämpfen, wa Hm Vielleicht sollte man sie am Leben lassen, naja So Hallo Wieder schleichen Wir machen es mal ein bisschen sneaky Da hüpfe ich vor Freude Oh, hi Ist aber seltsam Well, so much for the government Their idea of containment is to kill everyone associated with the project Hmm Judging by your hazard suit, I'd say you were part of what went wrong Isn't that right? Uh, no If anyone can end this catastrophe It's the science team in the Lambda complex at the opposite end of the base With the transit system out, I couldn't tell you how to get there But there's an old decommissioned rail system somewhere through here beyond the silo complex If you can make it through the rocket test labs You might be able to worm your way through the old tunnels to track down whatever is left of the Lambda team Hmm Okay Ach, jetzt ist hier zu Was? Das kenn ich doch hier, diesen Raum Hä, was muss ich denn jetzt hier Achso So, warte Munition sieht wieder viel besser aus Ja, das ist doch das von vorhin oder nicht? Von vorhin Ja, wobei, jetzt steht hier zu Hm Ja, einen Moment Wenn das das ist Nee, das ist doch nicht das Weil da war kein Aufzug Ah, ist nur ähnlich Wo vorhin hier der eine da reingezogen wurde oder so, ne? Silo D So Alles klar, die machen wir mal gerade kaputt Ah, ist leider nichts drin Halt Oder vielleicht auch so, ich weiß nicht, ja, okay Lade Daten Lade Daten So Explosionskrater So Einmal, ich müsste einmal hier durch Ah, lässt er mich mal bitte durch Jawohl Ja Hallo So Alles freimachen hier Wunderbar Und hier auch nochmal Vorsicht mit den Fässern Weiß man nicht, ob die Nicht wenn dann explodieren Ah, und ich glaube Ja Das habe ich zufällig noch gewusst Also ich habe das Spiel tatsächlich noch nie Wirklich selber gespielt Deswegen hatte ich auch keine Erfolge Aber ich habe tatsächlich ein Let's Play gesehen Und ich feiere das Spiel auch Daher schon so hart Dass ich halt erst recht mal selber spielen wollte Und ich habe mir gedacht, warum nicht ein Let's Play machen So Vor allem da jetzt gerade ein Update Kam Ich habe mich ja ganz am Anfang erwähnt Es kam ja erst ein Update Oh, warte mal Nein Ah Mann Will ich die Waffe verwenden dafür Ist egal So Äh Es kam ja jetzt erst ein Update für Den Alter Darf ich erst recht nicht die Waffe Mann, jetzt tue mal die Waffe weg Ja Also Es kam ein Update Und zwar ein Grafik-Update Das sieht ja auch wirklich verdammt gut aus Ich weiß nicht, wie das jetzt im Vergleich ist Dazu Wie wie es Kam glaube ich 2012 raus Black Mesa Also äh Als Mod damals noch Heute jetzt eigenständiger Titel Und äh Ich bin tatsächlich auch ein äh Großer Fan davon Weil ich finde das schon ziemlich geil Nicht nur die Grafik Sondern allgemein Das ganze Spiel ja wirklich neu zu entwickeln Das ist schon Krass Also ne Mit komplett neuen Synchronsprechern und alles Finde ich schon heftig Habe ich Da ziehe ich ja meinen Hut vor So Und Es ist so geil geworden Und es sollen noch irgendwie Dieses Jahr sollen noch irgendwie Irgendwelche Xen-Levels kommen Da kenne ich mich nicht so mit aus Aber das können wir uns ja dann Theoretisch auch mal angucken Ne Also theoretisch Da hätte ich schon Bock drauf Ich weiß nicht genau Was damit gemeint ist Das ist halt die Welt der Aliens irgendwie Und da sollen halt nochmal eigene Level dafür kommen Und da freue ich mich sehr drauf Die sogar länger als das Hauptspiel sein sollen Was ja richtig heftig wäre So Ja und es ist halt allgemein So ein bisschen verschönert worden hier Ach du erschreckst mich nicht Du So Ah Jetzt sind wir hier So Kriegen wir keinen Fallschaden mehr Wo wir auf die Kisten fallen Hm Auch nicht schlecht So Einmal hier runter Zack Zack Und einmal hier runter 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 Ja ich höre schon auf Hallo Komm ich Na hallo Bäh Das ist schwierig So Da haben wir nochmal ein paar Shotgun Dinger 39 Sehr gut Nachleiden können wir Nicht So Dann machen wir hier runter Zack Und nochmal hier runter Zack Aua Ja ein Leben Das ist wohl nicht so wichtig Oh Hm Wo sind wir hier Ah Ich weiß schon Hier müssen wir jetzt gleich mit der Bahn fahren So Okay Aber wir gucken uns natürlich erstmal ein bisschen um Auch die Kisten würde ich Liebend gerne mitnehmen Da ist bestimmt irgendwo noch so ein bisschen Rüstung drin Hoffe ich zumindest Weil Wäre schon Pech wenn nicht Ne Aber irgendwie habe ich gerade Pech Naja okay Dann haben wir halt Pech Auch egal So Hier könnte man jetzt entlang laufen Was ich aber natürlich nicht unbedingt machen möchte So Ich nehme einmal Rüstung hier mal die Shotgun Äh Die Dingens aus So Wie geht das jetzt Ah mit E kann ich Muss ich dann Äh Da weg Ah Ah Hallo Okay Komm Gib voll Gas Hier werden jetzt gleich allerlei Feinde kommen Naja Komm Nicht so wichtig Ach Wart Wieso Oh Der ist aber nicht so nett Der könnte uns hinterher spucken Oh Da haben wir jetzt aber doch mal Schaden bekommen Äh Oder auch nicht Ich weiß es nicht Term to term Eine gemütliche Bahnfahrt Na Oh Oh Nein Nein Oh Das war jetzt nicht unbedingt so gewollt Ah Radiation So Moment Kann ich da denn irgendwie hoch Jo Ah Jawohl Das sieht richtig aus So Mh Schöner Leckerer Grüner See Aber Da wir heute leider Keine Zeit für Badespaß haben Müssen wir leider direkt Weiter Wir können es uns leider nicht leisten Hier Lange rum zu baden Okay wir müssen wohl hier auf das Oh Warte mal Ich habe eh gerade gespeichert glaube ich Das will ich ja Das hoffe ich jetzt inständig Während ich lade Habe ich aber Sehr gut So Diesmal vielleicht ein bisschen gekonnt haben Herr Gordon Herr Freeman So Vielleicht sollte ich auch Crouch Jump benutzen Das ist trotzdem sehr schwierig So Und da müssen wir rein Oder wie Ja ich glaube wir müssen da rein Es hilft nix Okay da kommen wir nicht weiter Dann einmal hier lang Ich bin Ich bin Ich bin